Freunde was gelappt, wir gehen jetzt, also ich gehe jetzt mit Butterkabel weg, oder was geht? Nix, okay, tschüss. Wir machen mir ein neues Kennzeichen, weil abgelaufen ist hier, so. Hey Freunde, hier sieht man das, wir sind nur zum Auto gerannt und ich bin nass. Warum regnet das? Mensch. Wie sieht eigentlich mein Dings aus, meine Wunder? Das ist schon kurz gezeigt, aber wir machen ein neues Kennzeichen, weil es ist abgelaufen. Einmal bitte. Und, ähm. Komplett, 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 komplett. Ich weiß schon, ob man es zeigen darf, aber wir machen ein neues Kennzeichen. Wir machen mal laut. Ey, Jesu, du hast so ne geile Musik, oh mein Gott. Einmal, ey. Freunde, wir sind angekommen, ähm, wir müssen jetzt warten und dann, äh, sind... Wir machen jetzt die Dinge anders, oder? Ja. Dann könntest du nicht mitkommen. Ja. Freunde, wir sind fertig. Es ging voll schnell. Kennzeichen von Yussi ist Gizda. Ja. Tadaa. Einfach jetzt blau. Wir holen uns jetzt paar Kleinigkeiten und dann geht's nach Hause. Freunde, Maggi. Äh, ist geil. Warte, Maggi, ist diese Dinge, die wir gegessen haben, letztens? Hier? Nein. Doch, hier? Sind die nicht. Oi. Wie geht's? Die Tabolen badet im Wasser. Wir gehen, äh, Haare schneiden. Wir würden reinigen, schleifen und polieren. Der Yusuf ist ein ganz komischer Mensch. Ich frag ihn, wo wir Haare schneiden. Er sagt zu mir, Junge, das musst du mir einen Tag vorher Bescheid sagen. Nein, hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht. Wer bin ich hier? Du bist hier langweilig. Du bist langweilig. Nein, du bist wirklich langweilig. Wer? Yusuf, mach mal das. Nein. Yusuf, äh, nein. Der Nein-Sager, Yusuf. Ja, man kann nicht zu allem Ja sagen. Nein ist Nein im Rabel. Man kann nicht zu allem Nein sagen. Doch. Nein! Ja, Freunde, wir gehen. Guck, du hast Ja gesagt. Ja, hä? Wo ist dieser Dings? Wohin hast du's? Hä, warum verlierst du das? Wallah, du hast es weggemacht. Du willst dich verarschen. Hä, Allah, was hat's? First of all. Oi. Das ist jetzt geändert. Verstehst du nicht? Du bist jung noch dafür. Ah. Vision. Okay, Yusuf. Ja, Dings. Was soll ich jetzt filmen? Guck mal. Eben da hab ich gesagt. Ich soll... Nein. Warte mal. Guck mal. Eben da hab ich gesagt. Ich soll die Vlog-Kamera rausnehmen. Ich hab rausgenommen. Was soll ich sagen? Natürlich sag ich. Wir sind fertig. Wir machen das, das, das. Ja, aber warum sagst du dann, ey, warum machst du so? Du machst immer das Gleiche. Du filmst immer... Ja, was sag ich gar nicht. Hab ich grad gar nicht gesagt. Ich hab gar nicht grad gesagt. Freunde, was geht? Ich bin hier mit Yusuf. Wir trinken grad ein TikTok-Video. Tuck, Tuck, Tuck. Wer muss cutten, ey. Okay, Freunde. Yusuf und ich. Yusuf und ich haben grad bisschen Beef. Ja, und jetzt? Mein Lieblingsonkel. Sag ich doch mal. Nein. Warum? Warum sollst du dich? Am Ende, der wird auf Straße erkannt. Ja, erzähl, großer Bruder. Großer Bruder ist sein, ist nicht leicht. Ja, ist auch nicht. Ja. Da musst du halt paar Euro ausgeben. Wie viel Geld hab ich für dich schon ausgegeben? Was denkst du? Das frage ich jetzt nicht. Das interessiert mich auch nicht, wie du da ausgeben hast. Sagen wir mal. Sagen wir so, okay? Ich hab zehnmal mehr ausgegeben als der für mich. Okay, aber deswegen bist du auch großer Bruder. Ja. Deswegen musst du immer weiter ausgeben. Immer weiter. Immer weiter. Bis er dann aus dem Haus raus ist. Bis er selbst anfängt zu arbeiten. Dann gibt er auch mal aus. Ja, oder so. Ja. Seht ihr das? Das sind die ganzen Frauen drin. Ich mach Jungs einen Abschied. Ja Freunde, auf jeden Fall fahren wir nach Mannheim. Wir chillen ein bisschen. Ey, ich schneide euch raus, gell. Ja, und sonst wie für die Abonnenten. Ja Freunde, wir sehen uns dann wenn wir da sind. Ich kriege jetzt. Ich kriege jetzt den Schletten Deutschland. Ich kriege jetzt mit wir stören. Lass uns fertig. Lass esos das livre. Jetzt gar nichts leer bist. Das hier mit uns gesehen ist. Alles Iss前 hat es dabei? Wann endet das? Okay, wir sind da. Wir sind... Wo sind wir? Aha, genau dort. Da sind wir. Wo? Da. Mein Eingang, weißt du? Digga, eigentlich musst du ja immer am Punkt sein, wo wir sind. Okay. Yusuf? Ah, wir sind da unten. Ja, hier gibt es zwei Eingänge. Hallo. Pass einfach gerade aus hier, Bab. Hier gerade auslaufen. Okay? Ja. Ich frage mich auf jeden Fall, warum ich mein Polo mitgenommen habe. Ich bereue dich gerade richtig. Ich zeige jetzt den Drip. Digga, wie hiszlich. Die ist halb kalt, halb warm, oder? Okay. Okay. Freunde, ich habe ein Geschenk für Yusuf. Yusuf! Dankeschön. Wir haben gerade die ganze Zeit einen Kiosk gesucht und haben es endlich gefunden. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, weil die stehen da gerade an. Nicht, dass die alleine ohne uns losfahren. Hi. Wir hätten gerne vier Brezeln. Ja. Und wie lange wird es dauern, wenn wir jetzt noch Pommes holen? Ungefähr. Wie lange wird es dauern? 10 Minuten. Okay, nee. Dann vier Brezeln. Ey, Freunde, ich hoffe, die sind noch nicht drin. Die sind drin. Ey, ich habe Muskelkater. Ich habe gestern Beine drin. Ich schwöre auf alles, ich kann nicht laufen. Wo sind die? Nein. Wie ehrenlos. Doch, die sind noch da. Wo? Ah, da. Vier Brezeln. Danke. Danke. Oh, wie lustig. Wollen wir so wackeln, bis wir stecken bleiben? Lass mal für die Enten was hier kurz. Ah, ramsamsam, guli guli Deckel auf dein ramsamsam. Soll ich mal reinspringen? Einen Kopfschrung rein, Digga, damit ich wieder diese... Digga, man bezahlt hier Eintritt, kommt hier rein und dann bezahlt man nochmal extra für diese Bootstur. Oh, ey, wie überfahren dich? Was überfahren? Wen? Wie überfahren die Ente grad? Oh, diese Fisch, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, nimm den mal. Wink mal rüber, Issa. Warum nicht? Sonst, ich will gucken, ob die zurückwinken. Hi. Wink mal einfach nicht, ehrenlos. Ehrenlos. Mach nochmal. Nein. Digga, wie hörst du für seinen Mund? Wie Eklach sieht's aus. Sehr ehrenloser. Du ehrenloser, verpiss dich. Verpiss dich. Ich ess dich gleich. Was ein Mund. Oh, guck mal, der stimmt nicht. Muss die ganze Zeit mit. Warte halt, das mal. Ey, falls du reinfällst, ich spring nicht rein. Wenn du reinfällst, ich spring auch nicht rein. Wenn du reinfällst, ich spring auch nicht rein. Wenn du reinfällst, ich spring auch nicht rein. Ich spring rein. Das passiert doch nicht. Ja, heb mich mal hoch. Ey, guck mal, da hast du eine Treppe extra. Boah, es gab doch mal so, wenn man will. Hä? Was ist? Was? Ey, ich spiel nicht ab mich ab. Digga, einfach rutschen von jemanden, du Eklavter. Geh weg von mir. Der willst ja an mir abspielen. Ja, du schon weg, Junge. Ja, aber geh doch weg, rutsch ein bisschen. So, Freunde. Ey, Yusuf. So, was hast du gedacht? Was geht? Ein Fisch. Ey, ich will mal einen Fisch erwischen. Guck dir einer so rostig. Ey, Schildkröte. 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 Die sind nämlich echt. Ey, dich nehm ich mit, Digga. Guck mal, der ist echt. Ich weiß gar nicht, ob ich den filmen kann. Komm mal. Ey, wir fahren hier immer noch, Digga. Das endet irgendwie nicht. Aber sei ehrlich, Yusuf. Sieht schon schön aus. Aber es wäre besser, wenn wir selbst drehen würden. Ja? Selbst drehen. Nein, nein. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Yusuf, Yusuf. Ihr seht dich alle. Oh, mein Gott. Das ist der YouTuber, Yusuf. Oh, mein Gott. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Was sind's für Tiere? Hä? Yusuf. Was geht ab? Hier ist kein Licht. Hier ist kein Licht. Hier ist kein Licht, Digga. Deswegen ist es doch gut. Yusuf. Ey, einer sagt so Vlog machen, einer sagt Bild. Oh, perfekt. Ey, Freunde, guck mal, wie das aussieht. Wow. Hör mal auf, bitte. Bitte, mach nur wieder Bilder einfach. Alle kommt nicht hierher. Keine Empfehlung. Habt ihr gehört? Äh. Freunde, kommt hierher. Das war richtig geil. Wow. Ja, das ist so geil hier. Ihr dürft umsonst Gondel fahren. Ihr habt, ihr könnt so viel Sachen. Das ist barbar. Ihr zahlt voll wenig Geld und so. Hier ist es auch umsonst. Ich krieg Brezel umsonst. Äh. Eintritt auch kostenlos. Ja, wir gehen jetzt raus. Digga, wir waren locker. Locker eine Stunde jetzt, oder, Elif? Was sagst du? Länger, oder? Eine Stunde. Eine Stunde, genau. Eine Stunde. Eine Stunde. Zwei Stunden. Man kann ja nicht grillen. Doch. Doch. Man kann. So. Nein. Dieser chinesische Garten ist hier. Ey, sieht wie das Kattel aus? Wir sind mit dieser Gondel. Bist da oben hochgelaufen. Wollen wir noch mal hier laufen? Wie gehen jetzt essen? Oder trinken? Oder irgendwas? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt was eaten. Was fooden. Digga, ist das Regal? Wie gehen jetzt was eaten? Eaten, fooden. Eaten ist Vergangenheit. Wie gehen jetzt was fooden, sorry. Wie viel ist dein Outfit wert? Nike Air Force. Was kosten die? 1100. Ja. Deine Hose von? Auch so Dings. Teure Marke, gell? Weiß nicht wie die heißt. 2000 Euro? Ja. T-Shirt? Auch. 3000. 3000 Euro von? Ich weiß nicht. Von auch Dings. Äh, was weiß ich Marke. Okay, deine Tasche. Oh, deine Tasche. Oh. Von Gucci Mucci. Auch sehr teuer. Sehr teuer. 5000 Euro. Gesamt, Gesamtpreis. Seine Schuhe 1 Euro. Hose 50 Cent. Kishore 20 Cent. Das war's. Wir wollen was. Essen. Essen, trinken. Wir haben Durst. Freunde, Yusuf und dich sind kaputt. Wir sitzen jetzt hier. Ach so, Schmerzen? Keine Schmerzen, aber nur mal die Schlange. Wo hast du eine Schlange? Ich hab so einen Muskelkater. Ich kann nicht mehr laufen. Ich hab echt Muskelkater. Yep. Die Bubble Tea Tester Nummer 3. Freunde, ich hab hier wieder Bubble Tea. Blueberry. Noch was, keine Ahnung. Geil. Ich schwör geil. Ey, ich schmeiß richtig geil. Ich hab Angst. Hä? Warum ist das so wie? Also, Freunde, ich hab Mango Soda. Ey, ich schmeiß das weg. Mineralt. Hä? Soda ist Pudeln. Das ist geil. Viel besser. Das ist bestimmt erfrischend seins. Oh, geil. Lass ich mal seins probieren? Ich hab Mango-Grüner Tee. Ich hab Mango-Grüner Tee. Geil. Die schmeckt genau nach Mango-Grüner Tee. Yusuf, mach Outro. Geil.